Dass ich so traurig bin, das hab ich gesungen. Bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationsheim, verhoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt und kreischt Feuer. Echt? Das ist super. Aber wenn wir jetzt in Deutschland wären zum Beispiel und wir täten uns heiraten, und dann wären wir doch eine türkische Familie, oder nicht? Halb deutsch, halb türkisch, meinst du? Haja schon, aber verstehst du, dann bist du der türkische Mann und ich werde Frau, dann hätten wir ein türkisches Kind, das sieht man ja noch schon. Haja schon, aber wenn wir jetzt in Deutschland sind, Untertitelung des ZDF für funk, 2017